Das beste Festessen gibt es bei Simon Lorenz, Benedikt Pichler. Ich kenne die alle gar nicht, wie die kochen, deswegen kann ich das sehr schwer beantworten, aber ich glaube, Pichler und Lohre können gut auftischen. Thomas Dehne, Karsenhocken, Thomas Dehne, mir, Steven Skripsky, Fabian Rehse, ganz klar Otschi, Alex Mühling, sag ich wieder Alex, Finn Bartels, Mama, am ehesten schon vor Mitternacht ins Bett geht, Steven Skripsky, Steven Skripsky, Finn Porath, Tim Sörensen, ich würde jetzt auch Philipp Sander schätzen, Philipp Sander, Timo Becker, Howie, Thomas Dehne, ich letztes Jahr zum Beispiel, bestimmt ich, ich. Den ersten Neujahrskuss bekommt Louis Holtby, Louis Holtby, hundertprozentig, bekommen wir alle. Frauke Wahl, meine Frau, meine Freundin, meine Freundin, Thomas Dehne, meine Frau, Stevie, Timo Becker, ich. Das verrückteste Outfit für den Jahreswechsel trägt Patrick Borger, Vita Arp, Vita, Fabian Rehse, Fabian Rehse, Fabi Rehse, Tim Schreiber, wir hätten gar keinen Style bei uns. Timo Becker, ich glaube Otschi, aber im positiven Sinne. Ich sehe da immer nur normal gekleidete Menschen. Safe Jule. Marcel Benger. Silvester würde ich am liebsten verbringen mit meinem Teamkollegen? Ne. Oh, ganz schwierig. Hauke Wahl. Hauke Wahl. Timo und Weiner oder Steven Skripsky. Stevie. Timo und Fabi. Timo. Rehse und Arp, glaube ich, das wäre sehr lustig. Vita. Da gibt es mehrere. Marvin Schulz. Sander, Pichler, Fabi. Und Thomas. Thomas Dehne. Thomas, ich darf jetzt keinen vergessen. Hauke. Das können wir zusammen feiern. Jule. Luis Holtby. Ja, mit allen, also. Die besten Neujahrsvorsätze hat? Simon Lorenz. Äh, Sander. Alexander Mühling. Thomas Dehne. Thomas Dehne. Hauke. Marvin Schulz. Hauke Wahl. Occi. Marvin Schulz. Äh, Iggy. Das ganze Team. Mein Vorsatz fürs neue Jahr lautet? Gesund bleiben. Gesund bleiben. Gesund bleiben, fit bleiben. Gesund bleiben. Äh, fit bleiben, gesund bleiben und, ja, möglichst keine Tränksamheit oder Spiel verpackt. Verpacken. Gesund werden. Ich mache mir keine Neujahrsvorsätze. Ich will dem Occi so viele Dinge auflegen, bis er halt, äh, bis er halt dann ganz, ganz hoch bei den Black Stars als Stürmer Nummer 1 steht. Und, äh, Jule will ich weiterhin neben mir im Auto sitzen haben. Diagonal, diagonal zum Erfolg. Tore schießen, Tore vorbereiten, jubeln zusammen. Flach spielen, hoch gewinnen. Spaß haben. Und, bleib, wie immer, ne, einfach weitermachen, immer weitermachen.